Ja, ich komm schnell über die Lottozahlen. Alles gut. Ja, ja. Schleichzium der Lottozahlen. Nur artlotto.de Und da sind wir, Mittwoch, der 22. Februar. Wir grüßen herzlich am Aschermettwoch aus dem Lotto-Studio und wünschen eine schöne neue Runde Lotto-Glück. Ich drücke dazu die Daumen und sage, einen glücklichen Großgewinner haben wir zu vermelden. Ein Glückspilz aus Sachsen hat einen Sechser im Lotto geschafft und dafür knapp 2,5 Millionen Euro gewonnen. Ich sage, herzlichen Glückwunsch. Ist das schön. Kugel Nummer 1 ist da und das ist die 46. Aber unseren Jackpot, den hat niemand geknackt. Also niemand war am Samstag dabei mit einem Sechser-Plus-Superzahl. Finde ich ja ganz toll. So können wir nochmal ein bisschen ansparen. Kugel Nummer 2 ist die 9. Ich freue mich an dieser Stelle nochmal schnell für unsere Super-Sechs-Gewinner. Viermal gegen quer durchs Land 100.000 Euro. Der Falsch. Kugel Nummer 3 ist die 4. Heute ist ja, wie gesagt, Aschermittwoch und dieses Jahr haben ja die Närrinnen und Narren wieder richtig schön feiern können. Noch zwei Jahre Pause. Kugel Nummer 4 ist die 27. Auch all diejenigen, die jetzt nicht so in Habnasen-Stimmung sind, haben sich richtig mitgefreut. Für alle, die das richtig ausgekostet haben. Kugel Nummer 5 ist die 6. Ganz süß. Eine Tipperin aus Berlin hat geschrieben, auch das Zusehen alleine, was ihr da unten treibt, kann richtig schön sein. Die hat es richtig genossen, nicht gut dabei gewesen zu sein. Kugel Nummer 6, eine Schnappszahl, die 44. So, und hier liegen sie in ganzer Kraft unsere 6 Glückskugeln von heute. Und wer natürlich an unseren doch recht schön gefüllten Jackpot möchte, der braucht diese hier, unsere Superzahl und die ziehen jetzt. Ich drücke nochmal die Daumen und sage CO-frei. So, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir heute zu bieten haben. Nämlich 12 Millionen Euro. Das ist eine Ansage, Sie wissen es, ich bin immer fürs Ansparen, aber das entscheidet unsere Superzahl. Und das ist heute die 8. So, und dann schauen wir uns alle eben gezogenen Zahlen in der Übersicht gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49 zum Mitschreiben. 4, 6, 9, 27, 44, 46 und die Superzahl ist die 8. Und hier ist auch schon die Zahlenreihe der Super 6, 7, 6, 1, 3, 2, 6. Und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77, 5, 6, 0, 3, 0, 6, 2. So, meine liebe Tipparinnen und Tippar. Ich bin mal gespannt, wie die Quoten morgen so stehen und was sie aus unserem Jackpot gemacht haben. Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend machen. Ist gut, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank.